Ah, da kann man wirklich die Dinger benutzen Also keine Chance, dass man das irgendwie lebendig runter macht Das denke ich, man müsse sie zur Aussicht Und dieses Geflüster von den Viechern, da finde ich nicht so doll Ich finde dieses Frauengesin, wie ist die? Ah, oh Oh, Old Mundane Stone ist auch okay Ah, jup Komm, ist doch noch ein Backstep Hä, wollte ich das gar nicht Backstab, was noch was anderes Lloyd Talsmann Ich glaube, die Dinger sind auch total useless Oh Ha, das Ding ist Wenn das mal hier keine auffällige Wand ist, dann weiß ich auch nicht Soul-Vessel Naja Zum Respecken vom Charakter Okay, hier steht irgendwas von wegen Rolling Eigentlich kriegst du hier links oben diesen Status-Effekt Hätte ja sein können, dass da noch irgendwas hinter ist Oder drunter oder was auch immer Weiß nicht So, damit kann ich jetzt eigentlich durch Weil ich krieg eine höhere Feuerresistenz Aber ich glaube, man kriegt hier auch noch am Ende einen Gegenstand, der einem die Silberfeuerresistenz anbringt Oh, da hat gerade irgendjemand Schaden genommen Aber nicht viel Was sind denn das für Heinis Sowas habe ich mir schon fast gedacht, um ehrlich zu sein Deswegen habe ich den Schild hochgehalten und bin wieder zurückgelaufen Bei den Fässern, die muss man auch aufpassen Weil wenn die hochgehen, äh, knallt es Ungefähr So Da unten nochmal Es kann natürlich sein, dass hier hinter was ist Das heißt, das müsste ich nochmal irgendwann zerbrechen Vielleicht ist da was hinter Ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich nicht gut ist Damit mir ordentlich eins mit dem Nutzen kriegen So, hieß hier jemand gestorben Da ist jemand, der die ganze Zeit schon vor sich hin geröstet wird Was ist denn das? Ah, er kann seine Waffe Upsalat Egal, er hat mein Problem auch erledigt Oh, ihr schon wieder Also das sind ja echt komische Kreaturen Muss man mal dazu sagen Der ist echt komisch gewesen Ich glaube nicht, dass das so designtechnisch so sein sollte Dass er sich da selbst abfackelt Er kam mir ein bisschen sehr eigenartig vor Okay, so Jetzt geht es hier weiter runter Du hättest in den Bande fallen Und den schnell fertig Guck mal raus, Junge Ich will hinter dir nicht die Kiste kaputt machen Komm mal, ich trinke Das ist nämlich ganz bitter Weil man nämlich relativ häufig so die einfach wegschlägt Oh, Zestus plus 8 Warum nicht? Spare ich mir einige an Sachen Falls ich jemals damit rumlaufen will Aber okay Aber ich denke mal, wenn du so einen Run machst Oder irgendwas Und dann einfach mal so einen Zestus plus 8 klickst Nicht schlecht Okay, da ist eine Nebelwand Und hier haben wir Man sieht hier Sieht doll aus Okay, das öffnet sich nicht von hier Ist nochmal eine Kiste Oh Twinkling Titanite Das nehme ich doch auch gerne Also da war ich glaube ich noch gar nicht auf der Ebene Weil das hier ist ein anderer Typ als der von Da muss er wahrscheinlich wieder das Feuer ausdrehen Also ich glaube hier Kommt später der andere Boss Aber ich bin mir auch nicht zu 100% sicher Wo bin ich denn jetzt hier eigentlich? Wo bin ich denn jetzt hier eigentlich? Hier oder da? Da bin ich Also hier kommen noch drei Bandfeuer Und hier nochmal eins Wo waren das? Beim anderen DLC Und war das ein extra Ding? Das war kurz vorm Boss glaube ich Was hier ist Dragon's Sanctum Dragon's Rest Room Tower Keine Ahnung was das ist So Kommt denn jetzt hier ein Boss oder nicht? Ist die Frage Keine Zeichen? Nichts? Da ist so ein kleines Türchen Versteckt sich doch kein Boss Achso Okay Ich musste ja hier wieder in den Mittelraum kommen Und ich konnte hier eh kein Boss kommen Das ist nämlich logisch So hier sind hier die Dinge Und wenn man Mehr Feuerresistenz kriegt Was sind das hier eigentlich? Ich denke schon Dass die Dinge irgendwann mal hoch und runter fahren Das hier bleibt gar nicht Hm Plagt mir wohl nichts anderes übrig Außer dem Mit hier zu gehen Ach da sind schon wieder Diese Explosions-Signs Hallo? Okay Ich schaue mich erst mal hier auf dieser Ebene um Ich glaube das hier ist der gleiche Raum Wo der gerade runtergenutzt ist Der Raum sieht übel aus Aber vielleicht soll man da Die reinjagen oder so Die ganzen Hines Das wäre eine Möglichkeit Vielleicht kann man 2-Range-Battle-Visions-of-Hole Ne warte mal Das ist noch eine Ebene tiefer gewesen Wenn ich hier runter falle Bin ich direkt in dieser Misthürde Da kann ich wieder hoch und bin denn da Das ist ganz schön voll Hier Ah Ja das stimmt Wenn ich da ein Feuer feiere Mach ich noch Feuerfeier? Oh Ich sehe hier Feuerarrows Das könnte funktionieren Ich nehme den Das bringt überhaupt nichts Weil die Tür einfach zu bleibt Okay Ziemlich useless Ah das ist schade Ich gehe ein bisschen mehr Was war denn hier los? Ach da ist ja einfach die Tür Ach so Die hätte ich da vorhin nicht aufgekriegt oder? So Ich will da nicht runter Eigentlich will ich da nicht runter Aber was denn da? Also der ist noch mal so ein Schreifien So wie ich das sehe Fühlen ja eigentlich nur alle Wege da runter Also der führt da Hier nochmal der führt hoch Oder bin ich da gerade runter? Oh Ich komme auch irgendwo wieder zurück Das hier geht hoch Ich bin zwar ganz ehrlich Ich bin doch hier von oben Vorhin runtergekommen Nicht bekloppt Okay Also ich kann eigentlich auch Den Wege gehen Das macht keinen Unterschied Oh Wow Jungs Soll ich Ne Das schaffe ich nicht So Also das ist natürlich bitter Oh man Das ist nicht so wirklich gut gelaufen Ich versuche es Soll ich da Feuer Da durchlaufen Prickel Das ist irgendwas Ich denke Ich gehe nur mal hier lang Und anstatt die zu Erschlagen Wo war denn der andere Weg Nein Also normalerweise habe ich keine Orientierungsprobleme Ich bin irgendwie ein bisschen am K.O. gerade Das ist natürlich nur eine schlechte Ausrede Ach ja Ah Ich bin so dumm Ich muss nur eins nach unten Da ist der erste Der runterhüpft Ich meine Soll es Benefit sein Sollte das Ne Ich denke nicht Das Benefit ist glaube ich Hier nicht Schaffe es Ohne da runter zu fallen Sondern eher So was passiert jetzt eigentlich Wenn ich Ah jetzt bleibt die Tür Einfach offen Den hier Den kann hier Wie in Faschenblatt machen Das hat ja toll funktioniert Der vielleicht bei der nächsten Oder gibt es da vielleicht einen Trick Du Schmeißt erst alle runter mit Feuer Also die haben ja Einheimlich Angst vor Feuer Aber wenn dann doch Manchmal ins Feuer Warum die hier immer alle tot sind Das verstehe ich auch nicht so ganz Das verstehe ich auch nicht so ganz